Halli, hallo, Hallöchen! Herzlich Willkommen zurück hier zu Plets vs. Zombies Nummer 2! Und jetzt sind wieder ein paar Videos ausgefallen und ich möchte euch vorsichtshalber schon mal vorwarnen. Es kann auch sein, dass die nächsten Tage noch das ein oder andere Video ausfällt. Also deswegen bitte nicht wundern, wenn es momentan wieder ein kleines bisschen rar auf meinem Kanal ist. Aber keine Sorge, es ist nach wie vor nicht so, dass ich so wie damals einfach puff verschwinde und monatelang nicht auftauche. Nur damit ihr Bescheid wisst, auch auf meinem Streamkanal auf Twitch wird es sich ein bisschen rar darstellen die nächsten Tage. Aber da wird es auch bestimmt bald wieder ein bisschen aktiver werden. Nur damit ihr vorgewandt seid. So, dementsprechend, ich habe nichts an Plets vs. Zombies gespielt die letzten Tage. Niente. Deswegen muss ich erstmal wieder gucken, dass wir up to date kommen. Wir haben Premium Saatgut Pusteblume. Ja, da hatten wir das nicht letztens erst gespielt, den epischen Auftrag dazu. Komisch. Verlags am Minze. Hypermoderne. Ich dachte, das hätten wir gespielt. Ne, hatten wir nicht. Wir hatten das andere gespielt. Wir hatten das andere gespielt. Siehste mal, ich habe ein Hirn wie ein Sieb, ne? Ich kann mir manche Dinge einfach nicht merken. Okay, dann pflanzen wir sie. Hallo. Ich finde die so toll. Ich mag die so gerne. Die ist so klasse. Und ich muss mir auf alle Fälle noch die Zeit nehmen, die andere Pflanze freizuspielen, die es da momentan gibt, die Sturmglocke. Weil 19 Tage läuft, ähm, Dingens noch. Ähm. Die in Battles. Und die muss ich haben. Also ich muss die haben. Brauchen wir gar nicht reden. Ich muss die haben. Deswegen, ich werde mir, ähm, vielleicht heute Abend mal die Zeit nehmen, noch einzelne Videos rauszugucken. Äh, rauszusuchen. Wie man die momentan, äh, das Battles da am besten spielt. Und dann böllern wir da durch. Dann haut das schon hin. Wir werden mal schon hinkriegen. Und ich würde sagen, es ist Düngerzeit. Bam, 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 bam. Wuhu, wuhu, wuhu. Und weg wehen hier. Weg mit denen. Push. Mann, 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 Mann. Also ich finde diese, die Synergie toll. Ich finde es schön, dass sich diese Pflanze mit einer anderen Pflanze, ähm, äh, kombinieren lässt. Das finde ich eine total geniale Idee. Also das hätten sie schon viel, viel öfter bringen können, dass sie so eine Kombinationsmöglichkeit machen. Ich finde das so toll, so. Hui. Und gleichzeitig reagiert die Pflanze drauf. Das ist klasse. Ich finde das einfach toll. Ich bin begeistert. So, jetzt darfst du da hier nochmal. Miau, 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 miau. Pup, pup, pup. Sehr schön. Oh, Mann. Und nochmal weg wehen. Ah, toll. Wunderschön. Wunderschön. Die Pflanze, ich liebe sie. Die brauche ich unbedingt noch. Unbedingt brauche ich sie. Unbedingt. Die ist einfach klasse. Ob sie dann wirklich so praktikabel ist, ist natürlich nochmal die andere Geschichte. Aber grundsätzlich mag ich sie wirklich total gerne. Ist eine schöne Pflanze. Okay. Aber wir wollen vielleicht auch, ja, boah, diese tausend Einblendungen wieder, ne? Heute nervt mich sowas. Heute, heute bin ich von sowas genervt. Wir wollen aber auch hier. Finiara Party. Da könnte ich auch mal endlich mal wieder gucken, dass ich die regelmäßig mache. Ähm. Ich glaube, ich muss das irgendwie in meine, meine Morgenroutine oder irgendwie so aufnehmen. So, morgens einmal kurz Plans vs. Zombie starten und mal ganz kurz zumindest das durchnehmen. Oder so. Ich glaube, das wäre schon eine Sache, die man machen könnte. Und. Kein Dush. Den hat den nicht getroffen. Ja, Sauerei. Sauerei. Weg mit dir. Und einmal da. Und einmal da. Und einmal wegwehen. Und da. Und da. Hehe. Oh, Dünger. Sehr schön. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Ja, da kommen ein paar. So, erst mal wieder wegwehen. Und dann da. Und da. Und da. Und da. Und da. Sehr schön. Wunderschön. Dann wehen wir da einmal weg. Gehen die auf. Und rasen einmal so durch. Hehe. Das macht Spaß. Das ist cool. Oh, warte mal, hab ich nicht... Ich hätte den Dünger auf die Düngerfelder setzen können, ne? Ja, das hätte halt Sinn gemacht. Das hätte halt Sinn gemacht. Ja, das geht ja gar nicht. Also Sinn, Sinn geht gar nicht. Das wäre ja Schwachsinn. So, wegwehen. Hui. Tschüss. Schön, dass du da warst. So, einmal hier. Miau. 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 Weg mit dir. Kusch. Haha. War's das? Schon vorbei? Ah, nee, da hinten ist noch. Ping. Oh, der wollte gerade spawnen. Hui. Deh, 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 deh. Oh, Flausche-Eier. Pinata-Eier. Uh, uh. Oh, das ist natürlich, das nehme ich, also 15 Teile. Das ist jetzt nicht schlecht. Nehme ich mit. Nein, ich möchte keine Werbung ansehen. Plans vs. Zombies. Bringening. Pusteblume und Freunde. Frische Angebote für Samenpäckchen, Bundles und mehr. Hol dir die Angebote. Okay. Ist es so schön zu sehen, dass das Spiel nach wie vor unterstützt wird. Dass es immer noch vorangeht. Immer noch was passiert. Das finde ich toll. Wir können auf... Nee, können wir nicht, weil wir keine Münzen haben. Aha. Stimmt, da war ja was. Ich wollte eigentlich mal versuchen, wieder ein bisschen Münzen zu farben. Ja, da muss ich vielleicht eventuell auch mal wieder ein bisschen Zeit investieren. Ja. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. Nee, ich versuche nicht mein Bestes, sonst hätte ich es schon gemacht. Ihr wisst, was ich meine. Also, wenn ich die Zeit habe, versuche ich sie auf alle Fälle dafür zu investieren, dass wir da demnächst wieder weiterkommen. Ich finde die Pusteblume nicht. Ist sie so weit hinten? Die, 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 die. Da muss ich ja mal gucken. Tatsächlich, ich habe die Pflanze... Ich habe zu jemandem gesagt, dass ich sie nicht hätte, aber ich habe sie ja doch. Oje. Ich bin jetzt blind. Habe ich die Pusteblume vielleicht und weiß es nur nicht? Weil ich sehe sie auch gerade nicht. Nicht, dass ich die auch habe. Schauen wir mal. Wo ist denn die Pusteblume? 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 Puste... Da ist sie. Ich habe sie nicht. Okay, schade. Okay. Gut. Wollen wir noch mal eine Runde mit dir spielen? Schon, oder? Komm, machen wir. Wir spielen noch mal eine Runde. Yay. Meine, wir kriegen dafür 50 Premium Pinata Zahnpäckchen. 50 Premium! Okay. Okay. Schütze die bedrohten Pflanzen. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Ich verspreche es. Oh Mann. Ja. Alles ein bisschen kompliziert. Alles ein bisschen kompliziert. Da bin ich so viel zu Hause momentan und habe trotzdem nicht die Zeit dafür. Ah. So. Schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm. Jetzt kommen schon die ersten Fässer angerollt. Nein. Oh oh. Und der ist dabei. Den mag ich nicht. Bleib mir fern. Aha. Aber ich habe Stacheln. Und ich werde sie benutzen. Damit die nicht durchkommen. So blöden Viecher. Soll ich erstmal hier Dünger investieren. In eine gute Sache. Und zwar, dass sie da... Wow. Der hat mir das instant weggebumst, ne? Instant. War instant weg. Krass. Das müssen wir kaputt machen hier. Der auch. Oh oh. Sag mal. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Das war jetzt... Eine kritische Angelegenheit, würde ich behaupten. Es war nicht gut, dass sie da so krass durchgekommen sind. Ich meine, auf der Lane wären sie mir nicht gefährlich geworden. Aber trotzdem. War das nicht gut. So, hier noch ein bisschen gleichmäßiger verteilen das Ganze. Da noch zumachen. Super duper. Jetzt schaut das Ganze schon ein bisschen entspannter aus. Minimal entspannter. Hier hinten das Fass kaputt machen. Und vielleicht einfach so noch der Vollständigkeit halber hinpacken. Und das der noch hin. Und dann haben wir es ja schon geschafft. Ich mag generell Pflanzen gerne, die auf einer Lane gepflanzt sind, aber trotzdem auch auf andere Lanes Schaden machen. Da bin ich immer ganz froh. Es nimmt allen ein bisschen Druck raus. Okay. Mein Näschen stresst mich gerade ein bisschen. Das ist nicht gut. Es ist diese blöde Kombination momentan aus... Hallo, Pollen sind schon da. Und hallo. Du bist ja gerade vor kurzem mit T-Shirt rumgerannt. Und jetzt liefern wir dir hier wieder Schnee und Eis. Und oh Gott. Bei uns liegt halt draußen schon wieder Schnee. Oh, Hammer. Und dann denkt sich meine Nase so... Erst hast du mich mit Pollen beansprucht und jetzt kommst du mit Kälte. Das will ich so aber nicht. Mimimimi. Ja, ich weiß. Ich bin schon wieder am Jammern. Das tut mir leid. Okay. Ach, das Kostüm ist cool. Das Kostüm ist wirklich witzig. Das gefällt mir. Oh, Mann. Na, ich muss mal schauen, wie man am besten momentan Münzen farmt. Wahrscheinlich sollte ich einfach versuchen, jeden Tag ein bisschen Penny-Jagd zu machen. Und halt natürlich auch die Pinata-Party jeden Tag versuchen zu machen. Ich glaube, dann würden wir letzten Endes schon ein bisschen auf was... Auf ein paar... Auf ein paar, äh, Dinger... Auf ein paar Münzen kommen, glaube ich. Hoffe ich. Jetzt machen wir hier einmal... Einmal... Einmal Rambazambara. Jetzt räumen wir einmal auf hier. So, sehr schön. Ist doch gleich wieder viel, viel angenehmer. So, machen wir einmal ein bisschen schneller. Weil irgendwie ist es sonst gerade ein bisschen lahm. Räumen wir nochmal eine Runde auf. Immerhin gibt es hier auch ein paar Münzen, ne? Das ist ja auch schon mal was. Und dann räumen wir gleich nochmal auf. Ich mag die, die ist toll. Irgendwann werde ich sie besitzen. Wuhu! Irgendwann, irgendwann, irgendwann werde ich sie haben. Bam, 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 bam. Und hier gleich nochmal, hier kommt ein Gargantua. Den werden wir auch... Den werden wir auch sofort aus dem Leben buxieren hier. Weg mit dem Gargantua. Weg mit ihm. Schneller. Alle auf ihn. Alle auf ihn. Yes. Super. Sehr schön. Nice. So. Oh nein, mein Trinken ist leer. Oh nein. Okay. Zwei Level haben wir noch. Schaffen wir die? Ich würde schon sagen. Die kriegen wir noch hin. Achtung. Fertig. Pflanzen. Okay. Ja. Heute ist Mittwoch, ne? Das heißt, ich glaube, dass die Townhall müsste wieder offen sein in Garden Warfare. Ich glaube schon. Muss ich unbedingt nachher mal nochmal nachgucken. Aber ich glaube, die Townhall dürfte wieder offen sein. Ich habe die viel zu weit gepflanzt. Das war dumm. Müssen die hier vorne pflanzen. Da hinten bringt die mir ja gar nichts. Ja, ich traue mich immer nie, Sachen vorne zu pflanzen. Aber es macht schon Sinn, manchmal auch mal Dinge vorne hinzupacken. Also die müssen wir noch ausrupfen. Damit wir nochmal einen kriegen. Genau. So, nämlich hier hin. Super. Oh, da können wir ausschalten. Ne, muss nicht sein, oder? Naja, wobei. Schalten wir doch aus. So, lassen wir ihn einmal durch. Weil dann haben wir halt hier drei hier hinten stehen. Oh, wir kriegen ja keine neuen. Doch, wir kriegen neue. Ach, wir kriegen neue, weil er kaputt gegangen ist. Oh nein! Falsch gepflanzt! Dünger. Dünger. Oh, hier. Nimm das, Bösewicht. Nimm das. Hier, schön. Bleibt da kleine Pustepilze. Wunderschön. Das ist so ein Pilz. Keine Ahnung. Ich finde den eigentlich ganz lustig. Gerade auch mit der Kombination, dass der Dünger auf alle wirkt. Aber gleichzeitig mag ich. Ich finde ihn eigentlich mega nervig. Wenn man immer aufpassen muss, dass er nicht kaputt geht. Und wirklich viel aushalten tut er auch nicht. Ach. Gut, aber dafür kostet er halt nichts. Naja. Oh, habt ihr schon gesehen? Da warten wieder die tollen hofnahen Zombies auf uns. Yay. Hallo. Ich hoffe, die explodieren. Schaut euch vor, die würden uns die zurückschicken. Das wäre ja witzig. Wie der die zurückschicken würde. Oh mein Gott. Das wäre wirklich unterhaltsam. Das sähe bestimmt lustig aus. Da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Frisch das. Und du frisch das. Hier, nimm das. Das ist dir schmecken. Das ist voll gut. Voll gut ist dich. Oh ja, komm. Hier, einmal. Oh. Da müssen wir noch hier. Wunderschön. Vor allem, weil es halt auch noch einen Unterschied spielt, ne? Auf welcher Lane man das zündet. So kann man halt auch ein kleines bisschen steuern. Dass es auch die richtigen trifft. Oh oh. Alarm. Dann müssen wir hier einmal mit dem Dünger durch. Was macht denn der Dünger nochmal? Der verstärkt die einzelne Bohne, ne? Ne. Die verteilen sich. Oh ja, cool. Ja, dann machen wir das doch. So, dann müssen wir hier aber einmal. Nochmal. Ach, verdammt. Nein, lass die. Hey. Hat er die kaputt gemacht? Das ist aber nicht nett gewesen. Das war wahrlich nicht nett. So. Ist aber gefährlich, ne? Weil die zwei sind halt jetzt aus der Gefecht gesetzt. Die müssen halt erst mal wieder nachwachsen. Deswegen, es macht schon Spaß, so zu machen, damit die da getroffen werden. Aber wenn die halt dann erst mal nachwachsen müssen, ist das schon eine gefährliche Geschichte. Aber es ist halt trotzdem mega cool. Hui. Die Mechanik ist einfach schön. Das ist einfach klasse. Gut. Dann haben wir aber das leider auch schon wieder für heute. Ei, 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 ei. Die Zeit vergeht so schnell. Wir sind trotzdem erst bei 16 Minuten. Wahnsinn. Krass. Ja, trotzdem wird es heute eine kürzere Folge. Natürlich für euch sehr ärgerlich. Jetzt kam schon die ganze Zeit kein neuer Part. Oh, guck mal. Ähm. Und dann ist es auch noch eine Normallänge. 17 Minuten ist ja kein kurzer Part. Das ist halt nur halt auch kein langer. Das ist eine ganz normale, gewöhnliche Länge. Ähm. Aber ja. Aber ja. Okay. Super. Aber dich auch. Ja, aufwerten bringt momentan gerade nicht wirklich was, weil da haben wir ja jetzt nicht wirklich Münzen. Aber wir können trotzdem in den Shop reingucken, ob wir uns da zumindest noch irgendwie was Schönes leisten können. Und dann muss ich mal schauen, dass ich die Tage Münzen generiere. Ja. Ich meine spätestens, wenn ich wieder aktiver Battles spiele, kommen wir auch wieder an Münzen ran. Dann wird das auf alle Fälle auch gehen. Oh mein Gott. Ich habe etwas gesehen. Das muss ich haben. Oh mein Gott. Das muss ich haben. Ich will das haben. Geh weg. Ja, bitte. Toll. Klasse. Mhm. Ja. Das ist ja toll. Oh mein Gott. Das ist toll. Muss ich haben. Muss ich haben. Unbedingt. Ähm. Das Kostüm brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich finde es auch nicht mega schön oder so. Ja. Das nehme ich mit, weil ich denke mir immer, solange ich am Schluss 100 über habe, damit ich jederzeit eine Münze kaufen kann, wenn es ein neuer gibt, ist es gut und ansonsten kaufe ich immer noch ein bisschen nach. Gut. Dann war es das für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder und vor allem hoffentlich auch bald wieder regelmäßiger. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.